Das ist dein Ohr, ey! Das ist ein Einel! Entschuldigung! Das ist ein Aus. C-E-A-C-T-R-E-C-H-E-C-H-E-C-H-E-C-H-E-C-H-E-C-H-E-C-H-E-C-H-E-C-H-E-C-H-E-C-H! Wir nehmen keine Oma, ihre Rente weg. Sie wird es gar nicht fragen, wenn sie ist. Sie sind hier, sie kommt zwischen Schenke und die Boch, doch nicht sieben. Oh, das ist der Lekentrenk. Wir nehmen keine Oma, ihre Rente weg. Und das politische Gründen ist das okay, denn nur ummaßlich. Doch sie sind hier. Oh, das ist der Lekentrenk. Wir nehmen keine Oma, ihre Rente weg. Sie wird es gar nicht beschweren, wenn sie ist. Sie wird es gar nicht beschweren, sie kommt zwischen Schenke und die Boch, doch nicht sieben. Oh, das ist der Lekentrenk. Wir nehmen keine Oma, ihre Rente weg. Und das politische Gründen ist das okay, denn nur ummaßlich. Doch sie sind hier. Oh, das ist der Lekentrenk. Wir nehmen keine Oma, ihre Rente weg. Wir nehmen keine Oma, ihre Rente weg. Wir nehmen keine Oma, ihre Rente weg. Oh, das ist der Lekentrenk. Wir nehmen keine Oma, ihre Rente weg. Und aus politischen Gründen ist das okay. Deine Oma hat sich ja damals in der Lekentrenk. Weil die Rente weg. Und an der Lekentrenk. Und von der Lekentrenk. Oh, das ist der Lekentrenk. Untertitelung des ZDF, 2020